Warum schleppt sich die Karawane durch verlassenes, ödes Land? Warum stürzt ein Baum zu Boden, der über 200 Jahre stand? Warum heitscht der ewige Sandsturm gnadenlos in mein Gesicht? Warum bin ich unendlich müde und warum schlaf ich nicht? Warum steht der Greis am Ufer eines Flusses aus purem Gold? Warum sucht ihr so verzweifelt, was ihr doch nicht finden wollt? Warum wird ein Lamm geboren, nur damit der Wolf es frisst? Warum wird das Schwert gezogen, wo kein Feind mehr ist? Und warum weint die Königin auf ihrem Thron still vor sich hin? Und warum starb ein großer Traum und hinterm Haus der Gehörspaut? Warum steigt aus Seen und Sümpfen ein betörendes grünes Licht? Warum zieht eine Flut von Pilgern zum Propheten, der niemals spricht? Warum blüht die heilige Blume einen Tag nur hin 100 Jahren? Und warum bin ich gegangen, als wir glücklich waren? Und warum steht die Königin auf ihrem Thron still vor sich hin? Und warum steht sie ganz allein so stumm und heiß dem Mondschein? Weil diese grandiose Melodie zu voller Schmerz, sie sucht und unsiegt sich gern auf große Worte bliegt, damit das Kind dein Herz bliegt Das sind die beiden Worte bliegt, damit die Königin auf dem Bergschiff und das sind die Königin auf der Welt CLGP Halt die Rüttung, still vor sich bin. Die Augen fahren, die Wand kreuen. Nur stumm und draus, der Mund von uns heuen. Denn diese grandiose Melodie verlangt nach Schmerz. Sehnsucht und Poesie, auch dass sie große Worte trägt. Damit das Lied dein Herz bewegt.